Da ist er! Das ist er! Nihiland! Abhauen! Nihiland! Herzlich willkommen zurück zu Black Mesa, dem Remake von Half-Life und dem kompletten Neubild der Xen-Welt. Mein Name ist Gordon Freeman und ich bin mir nicht sicher, ob ich... Okay, der Fahrstuhl wird geschlossen. Hier geht's weiter. Ob ich nicht bald mit meinem großen Gegner, dem Nihiland, ihm gegenüberstehe, wollte ich sagen. Genau. Die Fässer, die kennen wir schon. Die explodieren gut. Was ist das hier alles? Kann ich das benutzen? Naja. Die Frage ist, will ich das benutzen? Hier glüht was. Okay. Ähm, hier scheint auch irgendwas gezüchtet zu werden. Nee. Was? Ah! Hier werden wir analysiert. Guck dir das an. Eine Unterlagenkiste. Alter Monitor, Notebook. Und natürlich auch die Kollegen. Ach, du dickes Ei. Nee. Das kann ich nicht kaputt machen. Vielleicht kann ich's ausschalten oder so. Leben die überhaupt noch? Ah. Raketen. Das wäre hier hilfreich. Das hab ich eingesammelt. Ah. Moment. Kann ich den da rausholen, dann? Ja, so vielleicht nicht. Nee. Ah, ich befürchte... Die leben... Was ist denn jetzt noch eingesammelt? Egal. Ich sammle alles ein, was ich kriegen kann, natürlich. Telefon! Bark! Erstaunlich. Okay, der Nihiland, der scheint sich nicht sicher zu sein, was wichtig ist und was nicht. Irgendwas bröselt. Naja. Ja, interessant. Das ist ja... Das ist ja... Ich glaube, hier bekomme ich aber nicht mehr. Ah, doch. Hier geht's weiter. Aber erstmal gucke ich mich hier noch ein bisschen um. Tja. Die hebe ich mir mal auf, falls ich hier irgendwas sprengen muss. Aber scheinbar scheint es hier keine Gegner zu geben. Und ich werde mich wahrscheinlich da hinten gleich einsaugen lassen müssen. Das ist eigentlich auch egal. Ich glaube nicht, dass ich hier nochmal hinkomme, oder? Was weg ist, ist weg. Nee. Okay. Ich muss wahrscheinlich noch weiter nach oben. Und das hier, das sieht... Äh, wieder nach dem Weg aus, den ich gehe, oder den ich fliegen muss. Oh. Oh je. Wo bin ich hier? Hier gibt es wieder diese... Diese Blobs. Die kenne ich ja... Aus der Zen-Welt schon ganz gut. Die kommen auch wieder. Wie, wie. Nur... Was machen die? Das ist... Habe ich ja immer noch nicht rausgefunden. Da ist ein großer Kristall... Der... ...mich auflädt. Der bringt Energie, allerdings keine Gesundheit. Aber gut zu wissen. Hier scheint es auch wieder diese Verdickungen zu geben, aber die pulsieren nicht. Das heißt, die sind wohl nicht aktiv. Kann ich sie kaputt machen? Nee. Hatte ich jetzt auch nicht wirklich mit gerechnet. Und, äh... Huch! Ich glaube, die sollen mich einfach nur ein bisschen irritieren. Schaden oder so nehme ich davon glaube ich nicht. Seid ihr Freunde vom Nihiland? Hä? Ähm... Ich bin mir jetzt nicht sicher. Da muss ich wahrscheinlich weiter hoch. Gesundheit kriege ich hier halt nicht. Aber momentan geht es mir noch ganz gut. Ich glaube, ich gucke erstmal nach oben. Ich hätte da gerne unten nochmal reingeguckt, aber ich weiß auch nicht, ob ich da wieder rauskomme. Nihiland, wo bist du? Hier scheint er auch noch nicht zu sein. Und hier schon... Oh nein! Fahrstühle. Aha. Das sieht sehr gefährlich aus. Das bedeutet, wer fällt, stirbt. Okay. Aktivieren kann ich hier nichts. Immerhin hetzt mir der Nihiland nicht seine Schergen bisher auf den Hals. Aber... Okay. Das ist scheinbar der erste Aufzug. Portigons gibt es nicht mehr hier. Naja. Ja, okay. Was soll's. Weiter geht's. Nächste Ebene. Und hier muss ich irgendwo hoch. Fragt sich nur, welchen Aufzug nehmen wir. Spielt eigentlich keine Rolle, ne? Und ein Teleporter. Das müsste einer sein, wo ich reinspringen kann. Geht's zum Big Boss? Das ist jetzt die Frage. Ich speichere mal vorher. Übrigens bin ich gerade von irgendwas geheilt worden. Ich weiß nicht von was. Hiervon? Nee. Kann ich sagen. Egal. Rein da. Der Letzte. Ich bin der Letzte. Du bist der Schlimmste. Okay. Ähm. Wo bin ich? Wow. Auf jeden Fall bin ich... Wa... Was? Uh... Wow. Okay. Äh... Oh nein. Da muss ich rüberspringen. Und das sieht... ...nicht sehr freundlich aus, aber... Sieht aus wie ein schwarzes Loch oder so. Okay. Ich muss also über diese Plattform darüber springen. Okay. Dann machen wir das doch mal. Ja. Sicher, sicher. Okay. Will ich da rauf? Nicht wirklich, ne? Was ist das? Okay. Den Nieland habe ich mir anders vorgestellt. Der saugt einfach nur alles in sich auf. Puh. Ähm. Ich speichere nochmal. Noch geht es mir gut. Ist das ein Teleporter? Der mich jetzt wirklich zum Boss bringt? Sieht fast so aus, ne? Naja. Was soll's. Ähm. Rein da. Irgendwas ist bei mir gerade aufgeladen worden. Und... ...Lade Daten. Schluck. Gordon, du schaffst das. Gordon. Du schaffst das. Puh. Oh. Lade mal schneller. Da hatten wir. Und... Aua. Da ist er. Das ist er. Nihiland. Abhauen. Nihiland. Boah. Den haben sie aber schick gemacht. So eklig habe ich den nie in Erinnerung gehabt. Ich... Ich habe zwar irgendeine Erinnerung, dass ich... ...irgendwie über ihn stirb jetzt. Ja. Ne, ne. Habe ich nicht vor. Okay. Ich bleibe in Bewegung. Aber wie komme ich an den ran? Kann ich... ...mir irgendwas kaputt machen? Ja. Äh. Okay. Ich brauche eine andere Waffe. Denn jetzt... ...irgendwas hat... ...deckung. Ich glaube nicht, dass ich bisher was tun kann. Oh, gemerkt hat das. Ihr alle sterbt. Renn, 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 renn. Äh. Hier habe ich nicht viel Deckung. Auf. Kann ich die Finger kaputt machen? Wie kann ich kaputt machen? Irgendwas... Au, 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 au. Bisher habe ich immer noch keinen Schaden. Kann ich... Moment. Oh, au, au, au. Ich wundere mich, dass ich keinen Schaden nehme. Hier gibt es Kristalle zum Aufladen. Allerdings kriege ich, glaube ich, keine Energie. Oder ich muss mal gucken, ob ich irgendwo Energie... ...für meinen, äh... ... meine Gluon-Kanone kriege hier. Hier sind drei... ...ja, Projektoren, die ihn mit Schutz... ...versorgen. Das hier könnte... ...weiß ich nicht, aber das könnte irgendwas zum Heilen sein. Autsch. Okay, er... ...er bombardiert mich. Paket und Nerven. Mal gucken. Uah. Ich darf nie zu lange auf einem Platz bleiben hier. Ja. Ja, das sehe ich auch so. Ähm... ...aber... ...wenn ich nur wüsste... ...wie ich dir den Strom... ...abstellen kann. Ich habe eigentlich so viel kaputt gemacht. Wie kriege ich den kaputt? Ich glaube... ...an dem vorbei komme ich nicht, ne? Ja, das hat ihm nicht viel... Äh, ich hab... ...ich hab zu wenig davon. Das wird nix. Kann ich schon irgendwas kaputt machen? Irgendwas passiert hier! Oh, irgendwo kriege ich... ...ja, ja, 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 ja. Der bombardiert mich wieder! Wenn ich wüsste, wie ich die da oben kaputt kriegen kann. Irgendwas passiert hier zwar, aber... ...hier kriege ich nix, ne? Hier ist was. Ah! Danke. Neues Material. Ich kann irgendwas sprengen. Was ist das hier? Hm. Ähm... Ist auf jeden Fall zu. Ich muss, glaube ich, mehr sprengen. Ich werde mal hier hinter stehen. Ich weiß nicht... Oh, 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 oh. Ob ich hier überhaupt Schaden mache? Bisher stecke ich nur einen. Das scheinen ja alles Projektoren zu... Ne. Okay. Das war irgendwas, was er... ...projiziert hat. Ich weiß nicht, was er hier projiziert, aber... Wahrscheinlich nur... Wahrscheinlich nur Punkte, wo er dann wahrscheinlich seine Granaten fallen lässt. Ah! Vorsicht! Ich wüsste, was ich tun muss hier... Ich will mal gerade hier kurz... Ah, Gesundheit. Das ist Gesundheit und keine Energie. Wo kriege ich Energie her? Du wiederholst dich, Nihilan! Mal gucken, was er macht. Also, er schleudert... Ah, er schleudert irgendwelche... ...glühenden Felsen auf mich. Äh... Uh... Nicht gut, nicht gut. Ich muss hier weg. Oh, oh. Da ist ein Kristall. Das könnte... ...Schutz... ...Energie! Jawoll! Und jetzt ist die Frage... ...die habe ich aber auch schon wieder Energie bekommen. Ich weiß noch nicht wo. Das müsste irgendwas Grünes sein. Kriege ich die kaputt? Kriege ich die kaputt? Ja! Ich kriege sie kaputt. Danke! Oh! Ah! Autsch! Ja, ja. Schleudermann. Ich verschwinde hier. Okay. Die kriege ich kaputt. Ich weiß noch nicht wo ich Energie für... ... meine Gluron-Kanone kriege. Kaputt. Ich kann es mal gerade noch ein bisschen Gesundheit holen. Irgendwie habe ich das Gefühl, der bremst mich aus. Ah! Weg. An irgendeinem der Kristalle auf jeden Fall. Lauf! Wir fliegen schon wieder die ganz großen Felsen rum. Lauf! Da bin ich noch mal hin. Da gibt es was zu holen. Danke. Und... Kaputt! So, mein Freund. Jetzt reden wir Tacheles. Was? Du willst mich täuschen? Mag sein. Oh! Ja, der kommt natürlich jetzt immer mit anderen Waffen. Aber irgendwie ist seine Steinschutz immer noch vorhanden. Boah! Ja, das geht erst mal nur auf... Womit schleudert der da eigentlich? Der schmeißt ja mit ganzem Bau... Weg hier! Weg hier! Weg hier! Was muss ich jetzt kaputt machen? Hilfe! Ich brauche Informationen. Erstmal brauche ich Energie. Ich hole alles, was ich bekommen kann. Da habe ich keine Energie mehr. Oh! Raketenwerfer. Ich habe wieder Raketen. Ah! Schlecht, 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 schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Ah, da ist ein Fenster offen. Da ist ein offenes Fenster. Ich habe es gesehen. Da muss ich durch. Mahlzeit! Hehehe. Oh! Jetzt wird er sauer. Jetzt wird er sauer. Ich muss hier weg. Au! Bisher nehme ich aber wenig Schad. Ähm. Sollte. Ja, boah! Ich hätte es nicht sagen sollen. Hier rüber. Springen. Springen. Ja, ich sehe. Oh! Das wird heftig. Wenn er mich da natürlich einmal mit... Shit, 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 shit. Nicht gut. Au! Jetzt hat er mich einmal getroffen. Er schmeißt mit Autos? Ich brauche dringend Energie und Gesundheit. Schnell, spring, spring, spring! Jetzt schmeißt er hier natürlich auch noch was hin. Logisch. Wenn ich dich erwische, Alter. Du bist sowas von fällig. Das ist ja wohl nicht wahr. Ich will nicht wissen, was das wieder... Wird alles hier. Alter! Zu den Energiekristallen! Spring! Danke. Ah, das habe ich mir gedacht. Drumrum. Das ist das Schöne mit diesen... Gelenkenraketen. Ich bleibe, glaube ich, hier. Wenn der mich natürlich noch mal mit sowas trifft, dann... Ja, er hat schon. Kichert spöttisch. Also dafür zeigt er sehr... Eigentümer. Vielleicht bin ich tot. Ich muss... Da komme ich nicht durch. Da gibt es Energie. Lauf erstmal zum Gesundheit. Schnell! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nicht mehr springen kann. Nochmal springen. Du schaffst es! Rein da! Rein in die Suppe! Und ihm gleich nochmal... eine verpassen. Hä? War das daneben? Raus hier! Raus hier! Laufen, springen, laufen, springen, laufen, springen. Schnell aufladen. Das wird dann natürlich auch sofort... So, ich bin wieder fit, aber das geht ja ganz schnell hier. Wo ist ein Fenster? Da ist ein Fenster! Und wieder einen auf den Sack. Äh, auf den Kopf meine ich. Ich weiß nicht, ob der überhaupt sowas hat. Fenster! Au, au, au! Au! Das war wieder heftig. Ich muss näher ran. Äh, keine gute Idee. Keine gute Idee. White House. Oh. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich bin ja schon unterwegs. Oh! In your face! Aua! Ja, das hat er sich wahrscheinlich auch gerade gesagt. Nein! Weg hier! Ganz schnell! Spring! Fliegen! Spring! Eine Rakete habe ich noch. Oh, Mann. Ja, jetzt lach du, Mann. Ich, ich, ich verkrieche. Ja. Auch ein Fenster. Jetzt muss ich den nächsten Angriff abwarten. Jetzt! Ich hoffe, ich habe ihn erwischt. Da gibt es neue Sachen. Und da kommt wieder ein Auto angeflogen. Danke. Wieder Raketen. Au! Wow! Ey, das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Die Flieger verschwinden wieder. Spring! Spring! Wenn ich von hier irgendwas erregeln kann, da kommt Fenster. Ich weiß noch nicht, wie viel Schaden ich dem Herrschaft, Herren mache hier. Auf jeden Fall macht er mir Schaden. Das ist ganz klar. Ah, jetzt. Womit hat er mich denn jetzt wieder getroffen? Ey! Oh, das ist heftig. Spring! Okay, hier kriege ich natürlich keine Gesundheit, sondern nur Energie für meinen Anzug. Dank. Das war's. Aber irgendwas... Okay. Ich bin jedenfalls hier gespawnt. Also irgendwie hat er hier was abgespeichert. Ach, die Sieb. Ja, da sind wir noch. Denn ich wüsste, wie ich ihm wirklich extensiven Schaden machen kann. Denn, ähm... Das ist nicht der Nihiland von Half-Life, sondern... Wow! Gibt mir hier nochmal ein bisschen Energie. Ach so, das war der Heilpool. Ich musste den Kristallen... Au! Ich musste den Autos ausweichen. Mist! Ähm... Müsste ich vielleicht auch das hier kaputt machen. Der... Der hängt ja hier irgendwo unten dran. Weg! Spring doch! Wräuchte ein besseres Sprung. Ich darf nicht so lange warten. Ich muss ihn... Ja, toll. Hier gibt's was. Irgendwas gibt's. Ah! Das sehe ich jetzt ja erst. Also, was er hier alles hinschleudert, das sind ja auch... Nur irgendwie möchte ich ihm gerne schon einen Stecker ziehen. Ich weiß noch nicht, wie. Da kommen wieder Autos angeflogen. Zur Seite springt... Ah! Das ist richtig heftig! Ähm... Ja, gut. Okay. Ich muss rausfinden, wie ich den kaputt kriegen kann. Und das weiß ich momentan nicht. Nee, jetzt kommen die Dinger schon an. Also, hiermit... Jetzt habe ich wieder ganz gewaltig Schaden genommen. Ob ich überhaupt... Spring! Ja, danke! Genau, das brauche ich. Hiermit kann ich auf jeden Fall seinen Schöpfel kaputt machen. Äh, wo war ich? Wo war denn die? Da ist ja einer. Da muss ich hin. Achtung, kommt Laser. Deckung. Waffe wechseln. Je mehr ich von seiner Abschirmung kaputt kriege... Oh, Deckung! Der kommt wieder mit Sicherheit jetzt mit dicken Dingern an. Ich habe wieder genug Energie. Was ist das? Oh, das sieht nicht gut aus. Deck hier. Einmal gerade in Deckung. Das hört sich gut an. Ich würde gerne... Ja, Raketen. Raketen, bitte. Hä? Wieso hat der schon wieder eine Abschirmung? Oh! Ich dachte, die hätte ich kaputt gemacht. Wechseln auf Raketen. Sag mal, sobald ich auf Raketen wechsle, hat er wieder Abschirmung. Hä? Was war das denn? Was ist denn jetzt los? Stille? Irgendwie muss ich den abschalten können. Ich weiß noch nicht, wie viel Schaden das macht. Das ist echt das Problem. Äh, schickt er die jetzt zurück? Nee, die explodiert. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Da gibt es wieder Energie für mich. Ich hoffe auch wieder für... Jawohl. Also, seine Abschirmung habe ich, glaube ich, jetzt halbwegs kaputt. Aber... Ich weiß jetzt wieder nicht... Wo kriegt er seine Energie her? Jetzt kommen wieder die großen Felsen. Bis, 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 weg, weg hier. Erstaunlicherweise habe ich immer noch... Nee, so hat es keinen Zweck. Ich kriege den so nicht kaputt. Spring. Spring da wieder hin. Jawohl. Ja, lach du, Mann. Ich finde schon deine... Deine sensible Stelle. Au! Jetzt hat er meine gefunden. Wer schmeißt hier mit Bergen? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Schnell. Spring doch da hin. Ich kann nicht mehr sch... Kann ich da oben irgendwas kaputt machen? Nee, das hat keinen Zweck. Ich mache ihm keinen Schaden. So, ich brauche dringend Energie für meinen Anzug. Also... Ja, ja. Kicher, du Mann. Mein Problem ist jetzt echt... Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Schnell! Danke! Weiter! Weg hier! Ah, Mist! Jetzt hat er mich prompt sofort wieder mit so einem Auto getroffen. Ich habe es noch gesehen. Ausweichen ist schwierig. Komme ich irgendwo über ihn? Ich weiß, zum Schluss macht er nämlich seinen Kopf auf und dann kann man... Keine gute Idee. Gibt es hier noch was zu holen? Ja, gibt es. Ja, ja. Ich will nur mal da oben hin schießen. Ich weiß, ob das Schaden macht. Vielleicht habe ich ja eine Möglichkeit, doch nach oben zu kommen. Äh, ja. Spring! Autsch! Irgendwo muss ich hier im Stecker ziehen. Unten oder oben? Ich meine, unten an der Basis... Das sieht ja eigentlich... Ich muss auch die Basis ziehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist, aber... Oh, bewege ich dich. Danke. Habe ich jetzt die Raketen mitgenommen? Nee, jetzt aber. Irgendwo muss doch... Das kriege auch nicht kaputt. Komme ich hier rein in seinen Absch... Oh, das ist radioaktiv. Okay. Das... Muss mir... Muss ja einer... Ein... Puh! Oh, wei. Nein, jetzt geht das wieder los. Da kommen jetzt wieder die großen Gebäudeteile. Okay. Ja, so... Soweit waren wir schon. Also, ich kann sein... Seine Abschirmung kaputt machen. Aber was dann... Geht, weiß ich nicht. Jetzt hat er mich schon wieder mit... Nein, die Waffe wollte ich doch gar nicht. Ach, jetzt habe ich keine Energie wieder. Ah. Ja, das ist natürlich hier Glückssache, was ich einsammle. Wow. Und das auch noch. Meine Herren. In dem Augenblick, wo ich einmal kurz ziele, haut er mir sofort wieder was um... Um... Um Ohren. Okay, das hat so keinen Zweck. Ich muss irgendwie rausfinden, wie ich den... sattfege. Das ist mir hier nämlich völlig unklar. Also... Na toll, jetzt... Jetzt habe ich wieder die falschen Waffen. Upp. Ah, Mann! Und ich bewege mich vor allen Dingen nicht. Das ist das Problem. Oder viel zu langsam. Okay. Ja, genau. Jetzt hauen wir mal wieder... Ich habe wieder nur Raketen. Mensch, spring doch! In dem Augenblick, wo ich springen will, bin ich schon wieder tot. Echt. Das ist nicht zu fassen. Gibt es noch irgendwo Gebäude? Wo ich... Munition für... meinen... Jurenkanonen... Au! Weg. Nein. Also, Danieland, der ist echt heftig. Mein Problem ist nur, ich sehe keinen Weg, wie ich den platt machen kann. Spring doch! Und vor allem, meine Sprung... Was ist das hier eigentlich? Ich glaube, das war ungesund. Ja, User Death. Weg hier, weg hier, weg hier! Ach! In dem Augenblick, wo ich das Auto... In your face! Ja, das nützt nichts. Es nützt einfach nichts. Spring! Danke. 3% Gesundheit und dann kommen die nächsten Autos angeflogen. Ja. Herzlich willkommen zurück zu Black Mesa! Und ich bin hier im Bosskampf. Ich, äh... Musste hier erstmal blockieren. Nieland. Der große Boss... Der muss noch gesiegt werden. Und mir war nicht so ganz klar. Wow! Schnell nochmal ein bisschen Gesundheit ansammeln, aber das nützt sowieso nichts. In dem Augenblick, wo man das macht. Ja, 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 ja. Gesundheit. Wir stecken ihm was weg. Ich versuche weiter... Und da passiert was, was... Genau. Was ich mir nämlich gedacht habe. Diese gelben Kristalle, die aus dem Boden fahren. Oh, oh, jetzt kommt wieder das. Dieser Angriff ist wirklich heftig. Ah, schon irgendwie weg. Da bewegt sich... Ah, oh. Meine Energie ist weg. Ich muss eigentlich zu den Energiekristallen. Oh! Ich kann... Wenigstens seine Projektile auch mal abschießen. Auf jeden Fall. Ich muss ihn verletzen. Diese Energiekristalle, die aus dem Boden fahren. Die scheinen ihn zu heilen. Schnell, schnell, schnell. Oh, da hat er noch was fallen lassen. Kinder mit. Herr damit, danke. So, und da kommen sie wieder. Die muss ich kaputt machen. Und dann kann er sich nicht mehr heilen. Das ist der Trick von Sianze. Äh, Energie, Energie. Da war noch Energie. Danke. Es ist nicht zu fassen. In dem Augenblick, wo man was einsammelt, hat er mir das auch schon wieder abgezogen. Und da ist... Ah, ich brauche... Ich brauche die... Die brauche ich. Okay. Die Waffe. Jetzt muss ich aufpassen. So, mein Freund. Jetzt gibt es einen auf dem Nuss. Kommen irgendwo... Kommen die Kristalle hoch. Da muss ich aufpassen. Paketenwerfer. Da. Hä? Wieso ist der denn kaputt gegangen? Irgendwas passiert jetzt? Habe ich ihn? Ja, wer stirbt jetzt? Du stirbst. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Steuerung nicht mehr so gut ist. Ah, weg hier. Weg hier. Au, au, au. Das sieht nicht gut aus. Was macht die? Oh. Jetzt. Jetzt geht es ab. Ich versuche, mich hier zu bewegen. Und irgendwie, um ihn rumzukommen. Jetzt hat er eine Abschirmung wieder. Aber die ist nur einseitig. Oh. Ich will nochmal... Habe ich von der anderen Waffe noch Energie? Zehn. Äh, da kommen ich nicht bei mir. Au. Deck. Deckung. Jetzt geht es aber richtig zur Sache. Ja, das wird wahrscheinlich nicht so viel bringen. Au. Oh. Kriege ich Energie her? Äh, äh, Gesundheit. Wisst ihr, es hat ja wieder alles blockiert. Da liegt was. Da liegt was. Das könnte für mich nicht... Ja. Und jetzt kommt wieder so ein Laser. Ich brauche den Raketenhafer jetzt. Der kommt wieder mit seinen Abschirmungen. Auf. Ey, das ist ja... Wieder einen auf die Nase. Jetzt komme ich wieder da nicht drum rum. Aha, shit. Ausgerechnet, woher ich gefeuert habe. Gibt es hier noch was für mich? Ja. Was ist das? Gordon, bewege dich. Ich schaue hier nur noch auf die Sprungtaste. Also auf die Weitsprungtaste. Was war das denn? Ich muss um seinen Schirm rumkommen. Jetzt. Au. Schon wieder. Nochmal. Schieß, 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 schieß. Ich kann mich momentan nicht bewegen. Jetzt geht's wieder. Jetzt hat er wieder genau in dem Augenblick den Schild hochgezogen. Da liegt noch was. Jetzt kommen wieder diese blöden gelben Laser. Die sind auch reichlich gefährlich. Aber das war jetzt, glaube ich, zu spät. Die Rakete müsste durchgekommen sein. Ich weiß nicht, wie viel der jetzt noch einstecken kann. Ich weiß nicht, wie viel ich noch einstecken kann. Schnell. Fahr hin. Heilung. Schießen. Und einer. Haha. Da bin ich. Hallo. Wieder zur anderen Seite. Boah, das ist hip. Was passiert jetzt? Sein Kopf geht auf. Da muss ich reinschießen. Nee, Moment. Hilfe. Hilfe. Gibt's doch Gesundheit. Da eventuell. Schnell, 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 schnell. Schießen. Und rein da. Jawohl. Ich hoffe, das ist richtig. Was? Für. Da gibt's keine Gesundheit mehr. Hier gibt's nur noch Raketen. Komm ich irgendwo ans Gesundheit ran. Hier ist nichts mehr. Ach. Ich war so knapp davor. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh. Ah, jetzt kommt. Schnell. Ah, der Kopf geht auf. Kicken rein. Oh. Das ist ja da nicht nachgeladen. Das ist doch nicht zu fassen. Jetzt. Komm. Einmal in sein Gehirn. Einmal in sein Kristallgehirn. Oh, wie überlebe ich das diesmal? Ich muss den da platzen. Mit der anderen Waffe. Da hab ich wieder volle Energie drauf. Jawohl. Wie war's? Ich hoffe, das war's jetzt. Das sieht nach dem Tod von Nieland aus. Ich hab's geschafft. Oh. Er schreit aber auf. Ich will da nicht rein. Ah, Hilfe. Er hat mich. Boah. Aber Lade Daten. Ich hab Nieland. Ich hab Nieland. Gordon. Ja, nur. Also 82 Gesundheit hat er noch. Jetzt ist nur die Frage, was passiert. Ich bin. Ich bin immer noch auf Xen oder in Xen. Aber. Boah. Holy moly. Heilig's Blechle. Gordon Freeman in the flesh. Oh. 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 Oder eher in the hazard suit. Das würd' ich aber auch sagen. Das würd' ich aber auch sagen. Der hört sich an wie. Ich habe mich für dich ein Job. Sie haben mit mir ein Problem. Sie haben mich mit mir, dass du kein Potenzial hast. Ja, ich hatte eben schon das Gefühl, dass es so einer war. Okay. Ja, ich nehme mal den Job, das Jobangebot an. Na wunderbar. Subject Freeman, Status angeworben, erwartet Einsatz. Aber eins sage ich euch. Jetzt braucht Gordon Freeman erstmal eine Pause. Bevor er sich wieder in den Kampf stürzt. Und ja, Crowbar Collective. Heidewitz gab, also der Schluss war schon, muss ich sagen, sehr hart. Also man musste da immer ein bisschen gucken. Es passiert so viel auf einmal, dass man also erstmal rausfinden muss, was eigentlich wichtig ist und was nicht. Aber unterm Strich, das Crowbar Collective hat hier wirklich ganze Arbeit geleistet und ich bin echt begeistert. Ich kann jedem Half-Life-Fan nur empfehlen, Black Mesa mal durchzuspielen. Es macht unglaublich Laune. Allerdings, alleine schon der Bosskampf, den habe ich natürlich nicht so hart in Erinnerung. Aber optisch war der natürlich eine Schau, muss ich wirklich sagen. Richtig toll. Ja, also das war es jetzt mit Black Mesa erstmal und Gordon Freeman. Ich muss mir jetzt überlegen, wie ich weitermache. Ich würde gerne weiter ein bisschen Retro spielen. Ob ich jetzt vielleicht dann mit Half-Life 2, das würde ich auch unglaublich gerne mal wieder durchspielen. Aber ich glaube, jetzt braucht Gordon Freeman erst eine kleine Ruhepause und wir sehen uns in der nächsten Folge bzw. mit einer ganz neuen Let's Play. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, was ich mache, aber es wird ein altes Spiel sein. Da könnt ihr drauf gefasst sein. Es gibt nämlich so viele Spiele, die ich noch in bester Erinnerung habe. Frühere Entwickler stehen ja auch alle drauf. Okay, also das Team war ja relativ groß von Crowbar Collective. Aber die werden sich auch noch eine ganze Menge Hilfe geholt haben. Ehemalige leitende Entwickler. Ja. Ich sage hier jetzt schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß. Ihr habt so viel mitgeschwitzt, wie ich hier selbst beim Spielen geschwitzt habe. Besonderer Dank an Valve Software. Klar, ohne die ging ja nun nichts. Denn dieses Spiel stammt nun mal von Valve. Und wenn die nicht gesagt hätten, jo, macht mal, dann wäre dieses Spiel oder dieses Remake nicht zustande gekommen. Und es wäre auch nicht so super klasse geworden. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ich sage, Gordon Freeman, der hat sich jetzt ein Bier verdient. Macht's gut. Tschüss. Und wir sehen uns. Schnellspielmann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020